Und da kamen nämlich die Yoshi-Münster. Da kommen wir noch mehr von den Dingern. Aha, an der Seite ist man ja sicher. Aber hier ist man nicht sicher. Da kommen die nämlich raus. Was ist das? Ja, sicher. Sicher. Sicher! Oh, das gibt's doch wohl nicht. Schön, dass ich hier so oft drin sterbe, ey. Das ist ja... Herrlich. Das macht Mut und Freude. Vielleicht sollte ich mich doch dafür entscheiden, hier mit Save-States zu spielen. Da ist sowieso nichts drin. Ja, das war so klar. Vergess ich mich zu ducken. Für die Yoshi-Münze. Die krieg ich auch. Weil ich im Bar bin. Und hier kann man sich nämlich verstecken. Lassen wir mal gucken, wann wir hier die richtige Möglichkeit haben, uns da rumzumuseln. Ja, da komme ich nicht so hoch ohne Anlauf. Ja, letztes Leben, Freunde. Gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Habe ich mich hier vielleicht etwas übernommen? Boah, das war jetzt aber echt taschhaft. Uh, das auch. Will ich die Münze? Ja, ich will sie. Aber ich krieg sie natürlich nicht. Ich könnte natürlich jetzt versuchen, mit dem Ton-Wall-Jump da hochzukommen. Was mir auch gelingt. Uh, ha. Wo bleiben die? Äh, hä? Sind die jetzt geblieben, bitte? Da kommen sie. Klar. Ah! Ja, das ist mir klar. Hallo? Spring mal runter, du blödes Viech! Aha. Ja. Da kommen die Springer-Koopers. Nicht schlimm. Vincent! Und da ist das grüne Ding. Ja, das war klar. Komm mal da rein? Komm mal da rein? Nein. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich den grünen Schalter-Palast auch schon wieder irgendwo übersprungen habe. Aus irgendeinem dumpfen Gefühl kommt man das. Wahrscheinlich, weil die grünen Dinger da irgendwie schon offen sind. Kann man auch nicht. Ich wette, gleich kommt irgendeine doofe... Ich habe nichts gesagt. Nein, ich habe nichts gesagt. Ich habe noch gesagt, gleich kommt wieder irgendeine Scheiße und dann springe ich einfach mal gekonnt galant in den Abgrund rein. Und zwar zielstrebig. Sehr zielstrebig. Sehr zielstrebig. Egal, ich kann so etwas auswendig jetzt hier. Es ist doch wohl... Ach, ist das doof alles. Jawohl, Chef. Alles klar. Jawohl, Chef. Da ist der Game Over-Bildschirm. Was passiert jetzt? Kriegen wir da... Oh, was war das? Laber nicht. Es ist doch hier Megaman-Musik. Continue, enter first pipe, if not enter second. Ich nehme die erste. Ja, so einfach lasse ich mich nämlich nicht aufgeben, wenn wir hier schon... Oh, oh, hoch. Holy. Puh. Das kam uns unerwartet. Okay, wir speichern ab. Mal wieder. Und wir versuchen es nochmal. Das war jetzt aber hier, äh... Unerwartet. Will ich die Blume? Will ich die... Will ich das Ding? Ne, komm, ich will die... Ich will... Ich will dir die Dinger-Code machen. Ich glaube, das ist so ein bisschen wesentlich einfacher. Auf einmal habe ich hier eine neue Hoffnung und Mut. Das ist ja echt... Ja, galant. Aha. Das kam uns echt unerwartet. Da wird man noch mit 10 Leben und einem, äh... Und einem Waschbärblatt belohnt. Das ist ja... Krämst. Boah. Mi so imba. Mi not so imba. Mi not so imba. Ich glaube, hier ist einigermaßen safe. Lass uns das Blatt holen. Das ist ja klar, dass jetzt... Badadammt, der Hacke! Ah. Okay, ich versuche es nochmal. Im Bela haben wir das Level, glaube ich, schon 100.000 Mal angefangen. Ja, imba. Hätte ich jetzt ein Pilzmeer erstmal geholt, hätte ich da die Flanze... äh... die Blume bekommen. Scheiße. Ah. Gottverdammter Müll, ey. Das kann doch wohl nie angehen. Warum bin ich schon mal so weit gekommen? Und jetzt verzweifle ich hier grandios an... in diesem Dödel-Part hier. Boah, manchmal kommen die Sägeblätter und manchmal kommen sie auch schon wieder nicht. Uh. Das ist mal ein ganz schön riesiges, äh... Feuerteil. Jo. Los, spring runter. Hallo. Hallo. Oh, das war knapp. Das war knapp. Spring doch, du dummer Mario, du. So, hier waren wir auch schon mal. Das war Output jetzt. So, und da habe ich irgendwo den grünen Schalterballast mal wieder verpasst. Das ist aber echt doof, irgendwie. Warum verpasse ich diese Schalterpaläste? Ich weiß es, weil sie irgendwie immer als Secret da sind. Und jetzt nicht so der Inweis-Secret-Hunter bin. Haha. So, hier laufe ich mal ein bisschen vorsichtiger durch, weil ich weiß ganz genau... ... falls ich mit Fullspeed durchlaufen sollte, so wie es jetzt... ... da ist die Mitte, da ist die Mitte, die Mitte! Limba! Oh, die Mitte ist gleichzeitig hier so ein Ding. Okay. Ah, ich wusste, dass hier irgendwas passiert, was ich nicht mag. Uh, fire, fire everywhere! Und da gehe ich dann, geht da down. Ah, super. Uh. Das war jetzt zwar nicht beabsichtigt, aber es war nett. Okay, Feuer, Feuer, Feuer. Oder man kann hier noch umgehen. Stacheln, die runterfallen. Was ist denn das für Dinge? Komm, die berühren. Ja. Nein! Nein! Dumme Stelle, um das Ding rauszuholen. Oh, Harry's a Hothead. Ich bin so, 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 so... So Mario-Bob. So ein Mario-Noob. Warum habe ich mir das überhaupt angetan hier? Jetzt renne ich mal ein bisschen schneller durch, in der Hoffnung. Das ist dann vielleicht doch noch was bringt. Wie ist so immer... ...habe ich aber gerade... ...eins... ...einen Trick erkannt. Äh... ...Dampfer drunter. Danke. Wie man, äh... ...dieser tollen Blumen da austrickst. Uh. Oh, das wird lustig. Hallo? Aha. Oh. Ja, klar. Ja. Das wird halt immer gemeiner. Oh. Ich würde sagen, das wird immer gemeiner, irgendwie. Also ich persönlich finde diesen Hack definitiv schwerer, als gedacht hätte. Ja, als ich gedacht hätte. Ach, das ist lustig. Ohoho. Na toll. Ohoho. 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 Mit, äh... Mit nix. Ach du Scheiße. Uh. Das ist so ne Scheiße. Und das ist Megaman Musik. Die ist im Bar. Nein. Okay, der Boss ist nicht schwer. Aber... Aber... Aber ja. Lass mal wieder da hinkommen. Verdammte Hacke, ey. Das gibt's doch wohl nicht. Schnell laufen. Lauf, Mario. Danke. Ja, so geht's natürlich auch. Harry, der Hothead kostet uns alles. Das ist echt so geil. Echt. So geht's natürlich auch. Haha. Miso Imba. Okay. Ja, nicht, aber... Egal. Ich find's doch trotzdem ganz schön scheiße, dass, äh, diese grünen, äh, quatsch, diese Schalterpaläste immer als Secrets irgendwie konzipiert sind. Und, äh, es lächst sich schon wieder so. Äh, jedenfalls, dass die Schalterpaläste als Secret, äh, quasi, äh, gedacht sind. Aber man irgendwie... Gibt's hier noch irgendwas? Oder ist da so ein Tapschum? Okay, Harry, der Hothead. Zweiter Versuch. Und, äh, das ist ja noch... Nein! Nein! Nein, verdammt! Nochmal. So, cool. Ich glaub, ich hab jetzt 6, 7 Leben oder so hier dran verbracht. Und, äh... Ja, es ist auf jeden Fall super interessant. Wie ich hier richtig abbopse, ablose. Ja, super. Feuer von überall. So, genau so hab ich mir das schon gedacht. Ah, scheiße! Das kann man nicht verwenden jetzt hier. Also, ich bin, äh, ja. Und, äh, ja.